Na alle zusammen, hier ist wieder heute Lunge, heute wieder für euch in Shaddle Lins oder Wix. Und zwar durch euch heute wieder so ein kleines Kisten Opening Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten, die wir über den Party Sing Modus erhalten. Und dementsprechend bin ich hier auf meinem Shami, auf dem Twink Account. Ihr seht, das Interface ist auch nicht wirklich eingestellt, ist aber egal, es geht eigentlich nur um die Kisten. Ich habe zwischendrin auch schon ein bisschen die Luch Spezialisierung umgestellt, dass wir vielleicht auch alle richtigen Waffen rauskriegen. Beim Schamanen brauche ich noch fast alles. Acht Items, wie ihr seht, brauche ich. Und ja, ich würde sagen, fangen wir einfach an, schauen wir mal, wie viele wir von den acht Dingern kriegen. Das erste, was wir haben, ist eine Waffe, die brauchen wir nicht, die hatten wir anscheinend schon. Dann haben wir nochmal die gleiche Waffe gekriegt, die brauchen wir auch nicht. Dann den Hals brauchen wir auch nicht. Dann haben wir ein Schild, das hatte ich auch schon. Den Umhang hatte ich auch schon, okay. Dann haben wir nochmal die Waffe gekriegt. Und nochmal einen Umhang. Schuhe? Ah, here we go. Das ist das erste Item, das wir brauchen können tatsächlich. Ich habe aber schon bessere an. Dann haben wir nochmal einen Umhang. Nochmal die Schuhe. Ah, dann haben wir jetzt ein anderes Schild gekriegt. Das kann ich noch brauchen. Nochmal ein Schild, das brauchen wir nicht. Wieder ein Umhang. Also irgendwie so die Auswahl ist relativ gering an Items, die wir kriegen. Wir sind nicht so an der Lichtdivers aufgestellt. Nochmal ein Schild. Einen Ring. So, jetzt haben wir noch fünf Kisten. Also wäre cool, wenn wir jetzt noch das eine oder andere rauskriegen würden. Sechs Items sind es noch. Nochmal ein Schild, okay. So viel dazu. Einen Ring. Drei haben wir noch. Eine Waffe. Einen Umhang. Und das letzte. Ah, beim letzten haben wir zumindest noch einen Kopf rausgezogen. Heißt, wir brauchen jetzt noch fünf Items vom Shami. Und ja, mal gucken, mit wem ich vorher fertig bin. Mit dem Shami oder mit dem Demon Hunter. Beim Demon Hunter, da zwickt es ja noch an der einen oder anderen Stelle. Und ja, mal gucken. Ich werde jetzt erstmal nochmal ein paar Kisten sammeln. Und sobald ich wieder genug habe, melde ich mich. Eutila. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.